Und je weniger du natürlich jetzt konkret sagst, umso mehr wird interpretiert. Und deswegen ist es so wichtig, sag, was du willst. Sag es möglichst konkret, beschreibe es, beschreibe es gerne auch mit Erfolgskriterien. Also woran machst du fest, ob das Erlebnis cool ist? Und dann hast du schon mal auch unter Stress und vor allen Dingen unter Stress eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sich versteht.